Nummer 5 Der Hercules DJ Controller Impulse 500 ist ein exzellentes Budgetmodell, das von Amateuren und Profis gleichermaßen geschätzt wird. Eine Reihe von völlig intuitiven und einfach zu bedienenden Funktionen sind in dem Controller enthalten, wie zum Beispiel Dreiband EQ, Gain, Filter und Fader für jeden der beiden Kanäle. Ein eigener Effektregler für jeden Kanalzug, ein berührungsaktiviertes Jogwheel, spezielle Samplepads und schneller Zugriff auf Kurs ermöglichen dem Discjockey maximale Kreativität in Echtzeit während des Mixes. Er ist mit den beiden wichtigsten Softwareprogrammen Cerato DJ und Juiced kompatibel, wiegt nur 3,2 kg und nimmt nur 296 x 542 x 7 mm ein, was ihn extrem praktisch macht und in jeder Situation einsetzbar ist. Den Link für dieses Produkt finden Sie am Ende der Beschreibung. Nummer 4 Native Instruments ist eine der führenden Marken im Bereich der Qualitätsinstrumente und beweist mit dem S4 Controller, dass Sie die Erwartungen nicht enttäuscht hat. Diese professionelle Vierkanalkonsole erweist sich als hocheffizientes Produkt, das mit allen Fadern, Dreiband EQ, Gain, 2FX Cent und Filterregler ausgestattet ist und so jederzeit eine perfekte Kontrolle des Audiosignals ermöglicht. Das speziell gefertigte Jogwheel mit Gummibeschichtung und glänzender Oberfläche macht das Scratchen besonders einfach und präzise, während die Fader beim Drücken sofort sensibel werden. Mit dem Fluxmodus und den dazugehörigen Reglern können Sie Ihrer Kreativität freien Lauf lassen und sie unvergesslich machen. Wenn Sie den Preis für dieses Produkt wissen möchten, klicken Sie auf den Link in der Beschreibung. Nummer 3 Der DDJ800 ist eine professionelle Disc Jockey Konsole, die für Auftritte an jedem Ort konzipiert wurde. Mit den Funktionen des DJ1000 in einem sehr kompakten Setup ist dieses Produkt ideal für Disc Jockeys, die eine Konsole benötigen, die leicht zu transportieren ist. Es verfügt über zwei Kanäle, einen 3-Band-EQ und ein in das Jogwheel integriertes Farbdisplay. Eine Rückkopplungsreduzierungsfunktion trägt zur Klangqualität bei, insbesondere wenn ein Mikrofon neben den Lautsprechern verwendet wird. Das FX-Fach ist reichhaltig mit SoundColor FX und BeatFX ausgestattet und bietet Disc Jockeys ein ganzes Arsenal an kreativen Lösungen für ihre Auftritte. Der Controller kann auch als unabhängiger Mixer verwendet werden, um die Lautstärke eines externen Geräts zu steuern. Wenn Sie an diesem Produkt interessiert sind oder den Preis wissen wollen, klicken Sie auf den Link in der Beschreibung. Nummer 2 Der Pioneer DDJS-X3 ist eine der besten Disc Jockey Konsolen, die ein Profi finden kann. Kompakt, intuitiv und mit den neuesten Technologie-Upgrades ausgestattet, verfügt der SX3 über Jogwheels mit niedriger Latenz, ein Layout, das sofort für eine einfache Bedienung ausgelegt ist und eine hervorragende Portabilität. Vier Drei-Band-EQ-Kanäle und nicht weniger als drei Mikrofoneingänge umgeben die Quelle zu Quelle-Wandlung, die auch Plattenspieler und CDJs einschließt. Professionelle Disc Jockeys schwärmen nicht nur von seiner Zuverlässigkeit, sondern auch von seiner Vielseitigkeit und tadellosen Klangqualität. In der Beschreibung finden Sie den Link für dieses Produkt. Nummer 1 Der Denon DJ Prime Go ist definitiv eine der vollständigsten und am besten durchdachten Disc Jockey-Konsolen auf dem Markt. Es ist eine professionelle Standalone-Konsole, die ohne die Hilfe eines PCs verwendet werden kann. Die Konsole ist ideal für Clubs und private Veranstaltungen und ist mit allem ausgestattet, was für einen reibungslosen Betrieb erforderlich ist. Die mit viel Liebe zum Detail entwickelten Bedienelemente und die Verarbeitungsqualität sind außergewöhnlich, mit zwei separaten Spuren und zwei reaktionsschnellen Fadern. Das zentrale Display ist qualitativ hochwertig und macht es einfach, die gewünschten Änderungen vorzunehmen, von der Auswahl des gewünschten Eingangs bis zur Erstellung individueller Wiedergabelisten. Den Link zu diesem Artikel finden Sie in der Beschreibung. Das war's für heute.